I think we got it. Hi, ich bin Kim. Wir sind gerade in North Carolina und das ist mein Fahrrad. Das ist mein Signature Sattel von All-In. Mit einer kleinen Sonnenblume drauf und einem Wanderlarm. Sehr schön und ich liebe ihn. Das ist mein äußere Kettenblatt von Colony. Ich finde es megaschön und es hat 28 Zähne. Das ist der All-In-Raum. Der ist 20.4 lang, das Oberrohr. Vorbau ist von Cinema und ich weiß gar nicht genau, welche Maße der hat, aber er ist relativ neu und ich finde ihn sehr schön. Ich weiß nicht genau, von welcher Marke die Felge ist, aber die Sticker machen ganz besonders. Die hat mein Papa mir ausgedruckt und die sind dieselben wie hier auf dem Sattel, dasselbe Muster und ich finde es sehr schön. Das sind die All-In-Speichen in Oislic, die sind neu rausgekommen und ich finde die passen perfekt zu den Schrauben und zum Kettenblatt. Das ist der All-In-Big-Bet Lenker. Ich glaube, der ist 9 Zoll groß, aber ich bin mir nicht ganz sicher und den fahre ich schon zwei Jahre glaube ich. Das ist meine Bremse. Ich fahre einen Rotor und ich weiß nicht genau, von welcher Marke die ganzen Sachen sind an der Bremse, aber ja, sie funktioniert. Das ist die Odyssey R25 Gabel, die habe ich neu und ich finde sie sehr gut. Das sind die Colony Pedalen. Ich weiß nicht, wie die genau heißen, aber die fahre ich schon sehr lang und finde, das sind die besten Pedalen. Danke fürs Anschauen von meinem Bikecheck. Ihr könnt die ganzen Teile von All-In auf der Internetseite finden und ja, das ist mein Fahrrad gewesen.